Hältst du ihm grad die Ohren zu? Wie alt bist du? Neun? Hör jetzt genau zu. Pass auf. Wir wissen alle, ja, jetzt tu nicht so, als wäre es in der Schule anders. In welchen Klasse gehst du? Dritte. Wie heißt du? Sebastian, wie nenne ich deine Freunde? Bastio. Hast du eine Lehrerin? Ja, hast du eine Lehrerin, die du nicht magst? Ja. Ja, cool. Geh mal zu dir hin und frag sie mal, ob sie eine Haftpflicht hat, ja? Bist du der Vater? Das ist so geil, weil ich hab gedacht, dass der Vater so, so, dicke, hör auf und er ist richtig so stolz, das ist mein Junge, das ist mein Junge. Frag sie mal, wenn sie sagt, wieso fragst du mich, Sebastian, dann kannst du sagen, sie hat mir grad eine Bolle in die Hose geknallt. Ey, die rufen zu Hause an, aber deine Eltern wissen ja Bescheid. Das heißt, ihr könnt sagen, was ist jetzt los? Haben sie eine Haftpflicht oder nicht? Sie schulden uns eine Hose. Ja, das wäre so mega. Bitte mach das, bitte, Basti, scheiß auf deine Eltern, hör mir zu. Mach mal Lärm für Basti, ey. Warum weinst du? Ich bin der Basti, guck mal, wie ich heule. Ich sag zu meiner Lehrerin, guck mal, meine Beule, ja? Aber, Basti, du musst das wirklich lassen. Das ist wirklich nur ein Scherz. Mach das.